Wir sind seit den frühen Morgenstunden schon mit mehreren Fahrzeugen permanent im Einsatz. Wir haben schon mehrere PQ und LQ gehabt aufgrund der Witterungsbedingungen. Es sind teils von einer Fahrbahn abgekommen oder vorher zum Beispiel einer, der gegen eine Straßenlaterne geprallt ist. In dem Fall haben wir jetzt auch wieder zwei LQs, die von einer Fahrbahn abgekommen sind. Unser 4X-Berg- und Fahrzeug rückt vom letzten LQ ab, fahrt jetzt zu denen zwei und dann schauen wir, was der Doktor so bringt, weil die Witterungsbedingungen heißen ist. Ja, ich bin der Robert. Ich bin mit meinem leeren Tankglaszug da Richtung Waginger auf den Bergen aufgefahren. War nix graben, da nix. Aber ist mir der Asch weggegangen und da war ich da drin gegen den Graben. Bin nicht mehr rausgekommen. Aber das wappt mir auf dem Abschnitt. Hilft nix, leider. Gehtelar-GlJustine Al categories warst du dritten GASLU. Abt nix. 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 Erst zeigst du, sonst würde ich mich fressen. Geht's mir, Egger. Hast du das auch als Ozone draus? Er hat gerade gesagt, der Hundereck mehr auf mit seiner Treppe. Doh! Schuss! Fröhnen ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017